You know Tolstoy, where I, you, 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 you know politics, where I know party chicks, you know Wall Street, where I just wanna meet you, you know come on low, where I ask my ma, you know sound skirt on, come on and say it. Wir haben das M4Music 2010 zum ersten Mal in der ROMMOD eröffnet und zwar in Lausanne und haben wunderbare Komplimente bekommen von der Musikszene dort. Es gab noch nie so viele Leute hier im Ort außer dem Musikbusiness und wir haben auch super Bands gesehen, Bonaparte, Solange, Lafranche, wirklich schönen Auftakt vom Festival. Das M4Music ist insbesondere für Bonaparte, weil wir hier vor zwei Jahren noch in der Box gespielt haben. Und es war, soweit ich mich erinnern kann, der erste Abend, wo wir mit Zirkus performten. Die Box und die Ziegen zum Beispiel, wenn ich mich noch sehr gut die Hunde erinnere. Ich befinde mich im Augenblick beim M4Music Festival in Zürich und freue mich auf meine Lecture und die Performance heute Abend, Musiker Ex Machina und das Live-Cinema. Es geht darum, Bild und Ton miteinander zu verknüpfen, um die Konvergenz von Bild und Ton. Der Künstler hat ja Rechte und seinen Werk. Ich lade nichts aus dem Internet aus illegalen Quellen runter. Die DDR hat das sehr eindrucksvoll vorgeführt. Die haben ein System gehabt, in dem sie Künstlern das Überleben als Künstler gesichert haben. Aber dafür musste der Künstler einen Test passieren, ob er Künstler ist oder nicht. Natürlich war kein einziger Punkmusiker in der DDR anerkannter Musiker. Das ist ein sehr guter Festival dieses Jahr. Dankeschön für uns zu spielen, Zürich. Dankeschön für uns das Hatt. Ja. Goodbye. Das M4Music ist definitiv gut für einen guten Austausch unter den Musikern und eine gute Plattform, um sich zu treffen und vorwärts zu kommen. Ula Ula. Ich habe da gerade ein Panel mitgemacht, das um Musik-Business-Modell ging. Allein schon das ist ein Musik-Business-Modell, das wir weiterführen können, um Geld zu verdienen mit Musik-Business-Modell-Panel. Wir sind hier, um uns zu ermöglichen, um die deutschen Musikfestivalen zu kommen. Danke für die Einladung hier. Ich bin hier, um mir Schweizer Bands anzuschauen, die ich dann hoffentlich in Deutschland buchen kann. Schweizer Bands gucken, gut essen, gut trinken, nette Leute kennenzulernen. Networking. Ich bin hier, um die Leute wieder einmal zu treffen von Swiss Music Export. Und habe auch gehofft, dass das Booking hier ist von Eurogen de Belfort. Und das ist auch tatsächlich so. Ich bin hier für ein Fortschritt. Für mich zu finden, das ist die neue Talents zu finden. Und auch eine Operation, die sich kotics-Business-Modell für die Suisse ist. Um jedes Jahr, das ist ein Groupe Suisse auf unser Festival. L'an das ist Solange Lafrange. Und das ist OI. Wobei ich sehr viel Geld gefunden habe. Warum nicht mit der Tonation von der Musik zu spielen oder zu flottern? Im Gegensatz zu dem Stück vorher weiß ich jetzt genau, worum es geht. Am Schluss wäre es musikalischer noch interessanter geworden, mit dem synthi-bass, der sich durchsetzt. Das fand ich cool. Ich finde, es wurde gut organisiert. Es wurde gut gemacht. Es ist die erste Mal, dass wir an dieses Festivals teilnehmen. Wir haben Zeit, um zu wissen, was sie entschieden haben. Wir sind wirklich glücklich, dass wir hier sind. Wir finden, dass es sehr gut ist. Der Award für das Demo of the Year... Das ist der Gotik. Merci! Bravo! Ich freue mich, dass ich gewonnen habe. Best of the Year, Urban. Ich bin gut dranbleiben. Danke den Jurys. Das war gut. Die Leute waren gut. Das Festival war gut. Und ich war gut. Das war gut. Ich bin hier mit ihren zwei Bodyguards. Ich habe Essen, Coupons für Drinks und einen Artist-Eintritt. Das ist, was gut ist am M4Music. Lauf einfach du da. Das ist ein Schafsektor. M4Music rocks! Du spielst Konzerte in der ganzen Welt und hinterher weißt du nicht mehr, wo du gespielt hast. Deswegen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es toll war. Das war gut. 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 Du hast ein CD. Wir haben es haben, an einem Festivall. Und ich denke, ob du es hörst. Das war irgendwie schrecklich. Oh ja, ich habe noch nie gesehen First Date Kid, aber ich werde sie heute Abend sehen. Okay! Ich komme quasi frisch von der Bühne aus dem Moods, dem kochend heißen Moods. Das Publikum war überraschenderweise so, dass ich schon das Gefühl habe, dass nicht jeder wusste, wer Miss Platten ist, aber alle waren total offen dafür und diese Bitte, die wir auf der Bühne verbreitet haben, ist auf jeden Fall sofort auf die Leute übergesprungen und es war ein wirklich sehr, sehr intensives, sehr geiles Konzert. Hi, we're Metronomy, we just had a really cool time playing at the M4 Music Festival. The song is instrumental, so there's no lyrics and unfortunately you have to give a song a title. If there were lyrics, they'd be like, oh mate, you don't like them and they'd be like, oh yeah, that kind of thing. Gutenählannannannannannannannannann. I got to go! I got to Untertitelung. BR 2018